Ich bin Ed Griffin, ich bin Autor. Ich verfasse kontroverse Werke. Ich glaube, dass sie sehr wichtig sind. Ich beschäftige mich mit Themen wie der Geschichte des Bankwesens, Gesundheitsfragen, den Vereinten Nationen, der US-Außenpolitik und Themen, die die Leute aufregen, weil sie starke Meinungen dazu haben. Aber ich betrachte mich als Forscher und ich versuche, so gut wie möglich, Historiker zu sein. Ich beschäftige mich also mit Fakten, meistens nicht mit Meinungen. Ich habe das fast mein ganzes Erwachsenenleben lang gemacht. Ich begann, mich 1959 für diese Themen zu interessieren und 1960 war ich dann richtig Feuer und Flamme dafür. Ich habe meine Stellung in einer großen Versicherungsgesellschaft aufgegeben und widme mich nun hauptberuflich dem Schreiben und Sprechen über diese Themen. Das Wachstum der Tea-Party-Bewegung und das Links-Rechts-Paradigma sind alle irgendwie miteinander verflochten. Und doch gibt es sehr unterschiedliche intellektuelle Ansätze, die bei all dem beachtet werden müssen. Ich denke, dass es zunächst einmal wichtig ist, über dieses Links-Rechts-Paradigma zu sprechen und es zu verstehen. Was ist hier eigentlich gemeint? Die meisten von uns, mich eingeschlossen, wurden in jungen Jahren mit dem Glauben erzogen, dass man sich entscheiden muss. Wenn man klug war, musste man sich zumindest politisch entscheiden, ob man rechts oder links sein wollte. Man musste eine politische Meinung haben. Und ich dachte damals, dass die extreme Rechte so etwas wie Faschismus oder Nationalsozialismus repräsentieren würde. Und auf der extremen Linken würde es natürlich den Kommunismus oder den Sozialismus geben, der nur ein wenig davon entfernt ist. Das war also das Paradigma, das mir beigebracht wurde. Und es schien damals Sinn zu machen. Als ich mich intensiver mit diesen Themen auseinandersetzte und mehr Wissen erlangte, wurde mir klar, dass die Grundideen der sogenannten extremen Linken, der Kommunisten und Sozialisten und die der Rechten, der Faschisten und Nazis im Grunde genommen identisch waren. Ich stellte mir die Frage, wie ist das möglich? Sie sollten doch konträr zueinander stehen. Dann wurde mir bewusst, dass all diese Ideologien eine gemeinsame Komponente haben, die in meiner Bildung nicht berücksichtigt wurde. Der Kollektivismus. Ich erkannte, dass das verbindende Element aller dieser Philosophien der Kollektivismus ist. Und das ist ein Wort, das nicht sehr häufig verwendet wird. Es ist im Wortschatz der meisten Menschen heute nicht sehr fest verankert. Aber ich habe herausgefunden, dass es vor etwa einem Jahrhundert ein sehr gebräuchliches Wort war. Es wurde viel über Kollektivismus geschrieben und das Gegenteil davon war Individualismus. Das sind zwei Begriffe, die heute nicht mehr so häufig verwendet werden, aber meiner Meinung nach sollten sie wieder aufgegriffen, verstanden und stärker verwendet werden. Und mir wurde klar, dass Kommunismus und Faschismus, die sogenannten Gegensätze, lediglich Varianten des Kollektivismus sind. Sie sind ein und dasselbe. Und sie glauben, dass die Gruppe wichtiger ist als das Individuum, zum Beispiel. Und das Individuum muss, wenn nötig, für das Wohl der Mehrheit geopfert werden. Sie glauben, dass der Staat allmächtig sein sollte und dass die Menschen dem Staat zum Wohle der Mehrheit gehorchen sollten und all so etwas. Sie glauben, dass die Rechte vom Staat gewährt werden. Sie sind nicht, sie sind nicht Teil des menschlichen Wesens. Sie sind nicht, sie sind nicht von Gott gegeben. Sie sind nicht in seinem Körper und seiner Seele verankert. All diese Dinge müssen vom Staat gewährt werden. Und wenn man sie einzeln betrachtet, Kommunisten, Faschisten, Nazis und Sozialisten, sie alle glauben daran. Darin liegt also der Konflikt, verstehen Sie? Und ich begann, das zu hinterfragen. Und mir wurde klar, dass es teilweise ein Trick ist. Ich glaube sogar, dass es ein großer Trick ist. Es ist ein großer Betrug, weil die Menschen auch heute noch denken, dass sie sich zwischen rechts und links entscheiden müssen, ohne zu merken, dass sie, egal welchen Weg sie einschlagen, im Grunde dieselbe Ideologie akzeptiert haben. Es ist korrekt, dass Führer wie Stalin, Hitler, Mao Zedong und so weiter von verschiedenen Gruppen und politischen Richtungen sich bekriegen und gegeneinander antreten werden. Und es wird gewaltige Schlachten geben, wie wir sie beispielsweise im Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Aber worum kämpfen sie? Um Ideologie? Ganz und gar nicht. Denn in der Ideologie sind sie sich einig. Sie kämpfen um die Vorherrschaft. Wer wird herrschen? Das ist alles, worüber sie streiten. Und wenn man sich dieses Bild einmal vor Augen führt, ist es historisch gesehen nicht allzu schwierig, das zu erkennen. Das ist das Gleiche, was auch heute noch in der amerikanischen Politik passiert. Wir haben die Linke gegen die Rechte, heute repräsentiert durch die republikanische Partei, die angeblich rechts steht, und die demokratische Partei, die angeblich links steht. Also, haben wir eine Entscheidung zu treffen, oder? Wenn es tatsächlich eine Entscheidung ist, warum wechseln wir dann zwischen Republikanern und Demokraten hin und her, alle vier oder acht Jahre? Zurück zu den Republikanern-Kern und wir fahren sofort. Das tun wir schon seit dem Ersten Weltkrieg. Wie kommt es, dass sich das Land immer weiter in die gleiche Richtung bewegt, immer tiefer in den Kollektivismus, unabhängig davon, welche Partei dafür ist? Denn beide glauben an den Kollektivismus, beide glauben an eine starke Regierung. Aber ihre Slogans sind unterschiedlich, ihre Führer sind unterschiedlich. Aber der arme Wähler da draußen, der versucht, all das zu verstehen, wird getäuscht, er steckt fest, er ist gefangen. Es ist also wichtig zu verstehen, dass dieses Links-Rechts-Paradigma ein politischer Trick ist. Es funktioniert sehr gut für diejenigen, die wissen, was sie tun. Wir stellen fest, dass sowohl die republikanische Partei als auch die demokratische Partei ziemlich genau in den Händen einer relativ kleinen Gruppe von Personen mit ungefähr 4000 Mitgliedern liegen. Es ist der Rat für auswärtige Beziehungen. Das sind die Leute, die sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten die Fäden in der Hand halten, und sie haben sogar darüber geschrieben. Es gibt einen Mann namens Carol Quigley, der übrigens ein ehemaliger Geschichtsprofessor an der Georgetown University war. Er war der Mentor von William Clinton, als Clinton dort studierte. Er hat mehrere Bücher über diese Gruppe von Menschen, ihre Herkunft und ihre Wurzeln geschrieben, die aus Europa und insbesondere aus England stammen. In einem seiner Bücher kommt er zu einem sehr interessanten Punkt, an dem er sagt, okay, so ist die reale Welt nun einmal. Er fragte, wie es möglich sei, dass wir als Kollektiv und Elite die Welt beherrschen können, während wir gleichzeitig den Durchschnittsmenschen glauben lassen wollen, dass sie in einer, Zitat, Demokratie leben. Sie leben in einem System, in dem ihre Stimme zählt. Sie leben in einer Welt, in der sie das Gefühl haben, dass sie an ihrem eigenen politischen Schicksal teilnehmen müssen. Dies ist ein sorgfältig gepflegter Mythos, den sie erschaffen wollen. Die Menschen werden sich also damit abfinden, egal was mit ihnen passiert. Sie werden sagen, naja, ich habe dafür gestimmt, oder ich habe es getan. Diese Regierung ist meine Regierung, egal wie schlecht sie auch sein mag, sie ist für mich zuständig. Solange die Menschen dieses Bild vor Augen haben, beklagen sie sich nicht so sehr darüber, wie schlimm es wird, weil sie denken, dass sie es geschafft haben. Quigley beschäftigt sich mit dieser Frage, wie kann man den Menschen glauben machen, dass sie ihr politisches Schicksal selbst bestimmen, während wir, die Elite, diejenigen sind, die ihr politisches Schicksal tatsächlich lenken müssen, ohne dass sie es bemerken. Wie macht man das? Und er beantwortet die Frage brillant. Er sagte, es sei ganz einfach. Man braucht zwei große politische Parteien, die beide die gleichen großen Ziele verfolgen, die gleichen grundlegenden Prinzipien teilen, und sie werden sich oberflächlich über Slogans, Führung und Stil und all diese Dinge streiten, sagte er. Aber wir werden beide kontrollieren. Das ist die Strategie. Das ist der ganze Betrug, der hinter diesem Links-Rechts-Paradigma steckt. Wenn Sie diese Geschichte und diese Realität verstehen, man schaut sich das an und sagt, ja, wir haben einen linken und einen rechten Flügel, aber das sind nur die gegenüberliegenden Flügel desselben hässlichen Vogels. Und diesen Vogel nennt man Kollektivismus. Und was bedeutet das für die Tea Party Bewegung, die wir heute sehen? Das ist es. Ich meine, das ist die Vorlage. Die Tea Party Bewegung scheint eine sehr authentische, spontane Bewegung zu sein, die aus Menschen entstanden ist, die sowohl mit der Bush-Regierung als auch mit der Kandidatur von Obama unzufrieden waren. Sie mochten weder das eine noch das andere. Es gab Menschen, die mehr oder weniger verstanden, vielleicht nicht intellektuell oder historisch, dass es in beiden Parteien Kollektivismus gab. Sie erkannten jedoch, dass etwas nicht stimmte, und sie wollten nicht noch mehr vom Gleichen. Und die Tea Party Bewegung, wissen Sie, denken Sie einfach darüber nach. Was könnte das bedeuten? Sie geht auf die historische Episode zurück, als die Kolonisten in Boston den Tee in die Bucht von Boston kippten, um gegen die Steuern, die Einschränkung der Freiheiten und das Stempelgesetz und so weiter zu protestieren, die Großbritannien den Kolonien auferlegt hatte. Die Tea Party Bewegung war also tatsächlich eine Rebellion gegen die große Regierung. Ganz gleich, aus welchem Lager sie kommt, ob von den Republikanern oder den Demokraten. Es hat nicht lange gedauert, bis die Tea Party Bewegung in Schwung kam. Und ich hatte das Privileg, das zu sehen, weil ich eingeladen wurde, an einigen dieser frühen Veranstaltungen teilzunehmen. Und ich erinnere mich an die erste Veranstaltung, zu der ich ging. Vielleicht waren es ein paar hundert Leute, aber sie alle waren den Prinzipien verpflichtet, die dieses Land groß gemacht haben. Das hatte nichts mit Republikanern oder Demokraten zu tun, sondern mit politischer Philosophie, dem Konzept einer begrenzten Regierung und der Tatsache, dass das Volk das Sagen hat und nicht die Regierung. Ich habe also gesehen, dass es auf diese Weise klein anfing. Und in den folgenden Jahren wuchs sie und wuchs und wuchs, bis sie schließlich zu einer sehr großen Bewegung wurde. Und an diesem Punkt begannen die politischen Parteien, die Führung der politischen Parteien, sie sehr genau zu beachten. Und sie sagten, Moment mal, das ist etwas, was wir machen sollten, denn sie sind Experten darin, Bewegungen zu orchestrieren und die Leute glauben zu lassen, es sei ihre Bewegung. Sehen Sie, dies war eine echte, spontane Basisbewegung, die anfangs nichts mit den politischen Parteien zu tun hatte. Nun, die Parteiführungen konnten das nicht zulassen, also haben sie es sich beide sehr genau angeschaut. Und die Demokraten kamen zu dem Schluss, dass es aufgrund der Art und der Slogans und so weiter nicht gut passt. Also begannen sie, es anzugreifen. Sie begannen zu versuchen, es so aussehen zu lassen, als ob es sich um einen Haufen von Idioten, Spinnern, Aluhutträgern und dergleichen handeln würde. Und die Republikaner dachten, hm, das könnten wir nutzen. Und so begannen sie, so gut sie konnten, darauf einzugehen und es zu übernehmen. Das war ihr Ziel, es für ihr Programm zu übernehmen. Und so stehen wir heute hier und betrachten diesen laufenden Prozess. Sie versuchen immer noch, die Tea-Party-Bewegung in eine republikanische Front zu verwandeln. Leider muss ich zugeben, dass sie in diesem Bereich einige Erfolge erzielt haben, vor allem dank einiger prominenter Persönlichkeiten, die der republikanischen Partei nahestehen. Natürlich beziehe ich mich auf die Kandidatin Sarah Palin, eine überzeugte Republikanerin. Sie verkörpert das konservative Image perfekt. Sie ist die Vertreterin des rechten Flügels der Republikaner. Und sie kann mit großer Leidenschaft und großer Emotion und großer, großer Bedeutung gegen die Extreme der Demokraten, diese bösen linken Flügel, sprechen. Und sie macht ihre Arbeit gut. Und alles, was sie sagt, ist wahr. Aber sie spricht sich nicht gegen die bösen Rechten aus, denn sie ist ein Teil dieser Gruppe. Ihre Mission ist es nicht, die Prinzipien Amerikas wiederherzustellen, sondern die Republikaner wieder an die Macht zu bringen. Das ist ihre Aufgabe. Und natürlich haben wir Leute wie Glenn Beck, der die Macht des Fox-Broadcasting-Systems hinter sich hat. Das ist eine enorme Macht. Und er spricht stets mit großer Überzeugung, Inbrunst und Wahrheit gegen diese bösen linken Demokraten. An dem, was er sagt, ist nichts auszusetzen. Falsch ist, was er nicht ausspricht. Er wird nie jemanden aus der republikanischen Partei angreifen. Wir haben Leute wie Rush Limbaugh, der dieselbe Rolle einnimmt. Er ist sehr gut darin, die Demokraten zu entlarven. Er ist sehr gut darin, die Absurdität der Philosophie des linken Flügels aufzuzeigen. Aber er wird nie etwas Negatives über einen Konservativen oder einen Republikaner sagen. Da haben sie es also. Auf der Seite der Demokraten gibt es natürlich das gleiche Team. Das sind die Anfeuerer und die Spieler. Sie arbeiten zusammen und der durchschnittliche Wähler gerät zwischen die Fronten. Er hat keine Ahnung, was vor sich geht. Er ist der Meinung, dass die Debatte so geführt wird, dass er eine Entscheidung treffen muss. Wen werden sie wählen? Werden sie die Republikaner oder die Demokraten wählen? Solange sie in dieser Rolle sind, sind sie wie ein Tennisball in einem Tennismatch, der hin und her über das Netz geschlagen wird. Zuerst sind sie auf dem rechten Flügel, dann sind sie wieder auf dem linken. Rechts sind die Republikaner, links die Demokraten und das Spiel setzt sich fort. Obwohl es für die Spieler dieses Spiels möglich ist, zu gewinnen, gewinnt der Tennisball in diesem Spiel nie. Ich denke also, es ist an der Zeit, dass die Menschen aufhören, die Tennisbälle in diesem Spiel zu sein und einfach ganz aus dem Spiel aussteigen. Es gibt bestimmte Themen, die in der amerikanischen Politik nie von der linken und der Rechten diskutiert werden. Und der Grund, warum sie nicht darüber diskutieren, ist, dass sie einer Meinung sind. Die Demokraten und die Republikaner sind sich in einer Sache einig und deshalb wollen sie in der öffentlichen Debatte nicht darüber sprechen, denn das würde zeigen, dass sie im Grunde genommen gleich sind. Sie reden nur über Dinge, bei denen sie sich nicht einig sind. Es hat sich herausgestellt, dass die Dinge, über die sie übereinstimmen, die wichtigsten Dinge sind. Die Dinge, bei denen sie nicht übereinstimmen, sind relativ unbedeutend. Die Punkte, in denen sie übereinstimmen, sind zum Beispiel unsere Außenpolitik. Darin sind sich beide einig. Das angestrebte Ziel besteht darin, die Vereinigten Staaten zu einer Weltregierung zu machen und zwar nicht nur zu irgendeiner Weltregierung, aber eine Weltregierung, die auf dem Modell des Kollektivismus basiert. Mit anderen Worten, eine große, mächtige, zentralisierte Weltregierung. Wenn es eine Weltregierung gäbe, die auf den Prinzipien der Freiheit und der Wahlfreiheit beruht. Freiheit der Kultur. Geringe Intervention. Wenn sie sich nicht in das Leben normaler Menschen einmischen würde, könnte das eine wunderbare Sache sein. Aber das ist nicht die Art von Weltregierung, die sich die Linke und die Rechte vorstellen. Sie reden von einer globalen Regierung, in der alle Hauptentscheidungen oben getroffen werden und die Menschen unten im Grunde wenig Rechte haben und in einer feudalen Gesellschaft leben, ähnlich wie Leibeigene und Bauern in einem Hightech-Feudalismus. Und sowohl die Linke als auch die Rechte sind mit diesem Ziel einverstanden, weshalb sie in der öffentlichen Debatte nie darüber diskutieren. Ein weiterer Punkt, in dem sie übereinstimmen, ist die Dominanz des Bankensystems in unserer Wirtschaft und zu einem großen Teil in unserer Politik. Beide waren sich einig, dass die Banken das Sagen haben, aber dass die Banken geschützt werden müssen, dass die Banken finanziert werden müssen, dass sie gerettet werden müssen. Man darf nicht zulassen, dass sie scheitern, wenn die Banken faule Kredite an Entwicklungsländer vergeben oder wenn sie faule Kredite an große Unternehmen vergeben. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten sind sich einig, dass wir entweder mit Steuergeldern oder durch Inflation eingreifen und die Banken retten müssen. Und genau das tun wir. Beide stimmen zu, indem sie das Geld an diese Unternehmen und an die Länder der dritten Welt geben, damit diese weiterhin Zinszahlungen an die Banken leisten können. Das sind also zwei große Probleme. Ich würde sagen, vielleicht die größten Probleme, vor denen wir überhaupt stehen könnten. Und wir stellen fest, dass Republikaner und Demokraten in diesem Punkt übereinstimmen. Sie könnten noch ein drittes Thema hinzufügen, wenn sie möchten. Und das ist unsere Rolle im Nahen Osten. Und beide Parteien sprechen abwechselnd davon, dass wir diesen Krieg im Nahen Osten beenden müssen, dass wir unsere Truppen nach Hause bringen müssen und so weiter. Aber das ist nur Rhetorik. Sie bemerken, dass wir von einer Partei zur anderen wechseln. Der Krieg setzt sich fort, der Krieg eskaliert, die Finanzierung hält an. Wir haben es also mit drei großen Problemen zu tun, vielleicht mit den drei größten Problemen von allen. Und es gibt keine Debatte zwischen Republikanern und Demokraten darüber, was zu tun ist. Oder sie diskutieren über Rhetorik. Sie können Reden halten. Aber wenn es Zeit ist, im Kongress abzustimmen, gibt es zwischen ihnen überhaupt keine Trennung. Und das allein sollte der größte Hinweis darauf sein, wie die Realität der heutigen Politik aussieht. Wenn jemand die Augen offen hat, sollte er in der Lage sein, dies zu erkennen, indem er einfach diese drei Themen untersucht. Als Ron Paul für das Präsidentenamt kandidierte und trotz aller Hindernisse und dem Desinteresse der großen Medien erstaunlicherweise viel Unterstützung erhielt, war er vielen Menschen praktisch unbekannt. Hätten die Medien Ron Paul ähnlich viel Aufmerksamkeit wie den traditionellen Republikaner und Demokraten-Kandidaten geschenkt, wäre er wahrscheinlich gewählt worden. Es war ein bemerkenswertes Ereignis, dass jemand ohne die Unterstützung des Establishments so deutlich zu Themen wie Krieg, Wirtschaft, Bankenrettung und dem Federal Reserve System sowie nationaler Souveränität Stellung bezog. Dies sind Themen, die etablierte Republikaner und Demokraten meiden, da sie in diesen Fragen übereinstimmen. Ron Paul war nicht zufrieden mit den Handlungen der Republikaner und Demokraten in dieser Angelegenheit. Und so hat er darüber gesprochen. Und die Tatsache, dass er trotz der Tatsache, dass er der Einzige war, der über diese Themen sprach, so viel Unterstützung erhielt, sagt mir, dass es eine verborgene Kraft, ein verborgenes Bewusstsein seitens des amerikanischen Volkes gibt, das nur darauf wartet, angezapft zu werden. Ich denke, dass diejenigen, die das Zweiparteien-System kontrollieren, davor sehr viel Angst haben. Sie wollen nicht, dass das angezapft wird. Und deshalb arbeiten sie jetzt so hart daran, das Internet zu kontrollieren. Denn die Botschaft, die Ron Paul vermittelte, wurde hauptsächlich über das Internet verbreitet, nicht über die großen Kommunikationskanäle. Wir erleben nun fast täglich, wie die großen Politiker versuchen, verschiedene Wege, Gründe und Ausreden für die Kontrolle des Internets auszuhacken. Sie wollen den Leuten Lizenzen erteilen, sodass man nicht einmal einen Blog betreiben kann. Sie sagen, dass sie die Suchmaschinen mit Filtern versehen wollen, sodass man nicht einmal nach bestimmten Wörtern und ähnlichem suchen kann, wenn man keine Lizenz von der Regierung hat. Ich denke, sie versuchen hierzulande das chinesische Modell zu kopieren. Unsere Persönlichkeiten bewundern dieses System, obwohl sie oft über Chinas geschlossene Gesellschaft spotten. Sie tun alles, was sie können, um es zu imitieren. Das ist also eine der Realitäten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Was bedeutet das nun für die Zukunft? Ich denke, solange das Internet offen und frei gehalten werden kann, verspricht es uns sehr viel Gutes, denn ich glaube, wir haben endlich eine Chance, die Mainstream-Medien zu umgehen. Aber ich denke, wenn die Regierungen der Welt und insbesondere unsere eigene Regierung das Internet erfolgreich rechtlich einschränken und unterdrücken, befürchte ich, dass die Chancen eines Außenseiters, der sich gegen das Establishment wendet, tatsächlich sehr, sehr gering werden. Ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, einen Mann ins Weiße Haus zu bringen, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich bin sogar der Meinung, dass es fast kontraproduktiv ist. Denn solange wir uns darauf konzentrieren, einen Mann ins Weiße Haus zu bringen, liegt die Annahme zugrunde, dass das alles ist, was wir tun müssen. Die Amerikaner sind so veranlagt, sie bevorzugen schnelle, einfache Lösungen für Probleme. Sie möchten wissen, für wen sie stimmen werden. Das war's. Weil sie denken, dass sie ihrer staatsbürgerlichen Verantwortung nachkommen können, indem sie alle zwei Jahre zur Wahl gehen und vielleicht 20 Minuten damit verbringen, ein kleines Kreuzchen auf einem Stück Papier zu machen und dann rausgehen und sagen, okay, ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich habe mein Land verteidigt. So funktioniert das nicht. Denn wenn sie zur Wahl gehen und ihren Stift auf den Stimmzettel setzen oder den Hebel betätigen oder was auch immer sie tun, sind die Entscheidungen bereits getroffen. Die Kandidaten sind bereits ausgewählt worden. Und die Arbeit geht weiter. Wer wählt die Kandidaten aus, für die das Volk stimmt? Wer formuliert die Themen, für die das Volk stimmt? Abstimmen ist nichts. Alles ist bereits vor dieser Phase erledigt. Solange die Leute also darüber nachdenken, wen wir wählen werden, wen werden wir ins Weiße Haus bringen. Sie blicken in die falsche Richtung. Sie erkennen nicht das Ausmaß des Problems. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht den richtigen Mann im Weißen Haus haben sollten. Das könnte sehr wichtig sein. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die Aufgabe viel größer ist als das. Die Menschen müssen politisch aktiv werden. Sie müssen in ihren Gemeinden engagiert sein, Informationen verbreiten und dazu beitragen, das öffentliche Bewusstsein und Verständnis für die Probleme zu schärfen, damit die richtige Person gewählt werden kann. Im Moment hätte Ron Paul wahrscheinlich mehr Unterstützung, wenn die Leute mehr über das Federal Reserve System wüssten. Als er zu Beginn seiner Kampagne anfing, darüber zu sprechen, sagten die meisten Leute, hm, was soll das denn alles? Aber durch das Internet und die Verbreitung von so viel Material über das Federal Reserve System, einschließlich meines Buches, das wahrscheinlich eine kleine Rolle dabei spielte, gab es eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die das verstanden haben. Hey, Moment mal, das Federal Reserve System ist keine Regierungsbehörde, es ist ein Kartell. Es ist ein Bankenkartell. Und es handelt gegen das öffentliche Interesse. Also, wenn genug Leute da waren, konnten sie sagen und verstehen, wovon sie sprachen. Plötzlich begann die Dynamik, sich auf Ron Paul zuzubewegen, anstatt sich von ihm abzuwenden. Ja, die Leute sagten immer noch, ich weiß nicht, wovon er spricht, aber immer mehr Leute sagten, ich weiß, wovon er spricht, und er hat Recht, und damit erreicht man eine kritische Masse. Wenn genug Leute sagen, ja, ja, er hat Recht, dann hören die anderen, die nichts wissen, zu. Wovon reden die denn da? Jetzt sind sie neugierig. Ich glaube, wir sind fast an dem Punkt, an dem die kritische Masse erreicht ist, und die Leute den Schwindel des Federal Reserve Systems durchschauen. Wenn Ron Paul und andere Kandidaten dieses Thema weiterhin hervorheben, könnte es entscheidend sein. Es könnte den Unterschied zwischen der Wiedererlangung des Landes und dem Gegenteil bedeuten. Zurück zu den altgedienten politischen Figuren in der Republikanischen Partei. Es ist wahr, wenn man das mit Obama vergleicht. Als Obama an die Macht kam, ritt er auf der Welle einer beeindruckenden Rhetorik über Veränderung und die Wiederherstellung Amerikas und all diese Dinge, und die Menschen reagierten emotional darauf. Und das war's. Es gab keine Substanz, aber es klang gut. Und sie waren wütend. Sie waren wütend auf das damalige Regime. Sie mochten die Bush-Regierung nicht. Sie waren verärgert. Also war jeder, der von Veränderung sprach, ihr Mann. Oder? Ja, genau. Hier sind wir also wieder. Ein weiterer Zyklus ist vorbei, und die Leute sind erneut verärgert. Diesmal jedoch über die Obama-Regierung. So wird der gleiche politische Trick erneut angewendet. Diesmal jedoch von der Republikanischen Partei. Die republikanischen Kandidaten geben nun leidenschaftliche, herzerwärmende Aussagen darüber ab, wie sehr sie ihr Land lieben und die Verfassung wiederherstellen, unser Land zurückgewinnen, Veränderungen bewirken, die Regierung verkleinern, und so weiter. Und schauen Sie, wer diese Aussagen macht. Ich meine, Leute wie Newt Gingrich zum Beispiel, wenn man sich seine Wahlkarriere ansieht, hat er während seiner gesamten politischen Laufbahn mehr als einmal gegen die Verfassung gestimmt. Er ist hervorragend darin, Reden zu halten. Er verwendet stets die richtigen Schlagworte und Phrasen, aber hier haben wir einen Mann, der davon spricht, die Verfassung zurückzuerobern, während er selbst durch seine Abstimmungen im Kongress einer der größten Angreifer der Verfassung war. Es ist also ein Punkt erreicht, an dem die Leute aufhören müssen, der Rhetorik zu lauschen und anfangen müssen, sich das tatsächliche Abstimmungsverhalten dieser Leute anzusehen. Es ist mir egal, ob es sich um einen Republikaner oder einen Demokraten handelt. Das ist nicht das Thema. Es war Lenin, der es so treffend formulierte. Lenin sagte, Worte sind eine Sache, Taten eine andere. Als Lenin dies schrieb, sagte er natürlich seinen Anhängern, dass sie den Leuten sagen sollen, was diese hören wollen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie lügen. Sie wollen Lügen hören, sagte er. Worte sind eine Sache. Sagen Sie ihnen, was Sie hören wollen. Gewählt werden. Tretet an die Macht, wenn ihr an der Macht seid, sagte er. Dann macht, was ihr wollt. Worte sind das eine, Taten das andere. Er hat also das Lügen befürwortet. Glauben Sie mir, auch Berufspolitiker kennen diese Technik. Sie würden sich niemals öffentlich dazu bekennen. Sie würden es leugnen. Aber schauen Sie sich Ihre Aufzeichnungen an. Achten Sie nicht auf Ihre Worte, sondern auf Ihre Taten. Dann wissen Sie, welches Spiel Sie mit uns spielen. Nun, sowohl die Republikaner als auch die Demokraten, sowohl die Linken als auch die Rechten nutzen diese Taktik, um ihre Gegner zu diskreditieren. Und Sie sind sehr gut darin. Und Sie wissen, wenn man an den Punkt kommt, an dem eine ernsthafte Diskussion über ein ernsthaftes Thema im Gange ist, ist es am besten, sich aus der Diskussion zurückzuziehen. Sie halten sich von den Themen fern, weil sie verlieren werden. Deshalb greifen sie den Charakter oder die Intelligenz ihres Gegners an, oder sie versuchen, etwas in seiner Vergangenheit zu finden, um ihn als bösen Menschen darzustellen. Und das nennt man Dämonisierung. Die Opposition wird verteufelt. Eine altbewährte Methode. Über die Jahre habe ich gesehen, wie eine Gruppe wie die John Birch Society, eigentlich eine Bildungsorganisation, die sich mit Prinzipien und historischen Fakten befasst, in den Augen der Amerikaner erfolgreich in eine Gruppe alter Damen in Tennisschuhen oder schlimmstenfalls in eine Ansammlung von Nazis, Faschisten und Rassisten verwandelt wurde. Sie wurden sogar als Kommunisten bezeichnet. Es spielte keine Rolle, welcher Name verwendet wurde. Und wenn man das oft genug und in den wichtigsten Kommunikationskanälen macht, werden die meisten Menschen es glauben. Das ist also eine Strategie, die sehr häufig angewandt wird. Und ich denke, wir müssen darauf achten. Zudem müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Leute, über die wir hier sprechen, diese Elitisten, es ist schwer, ein besseres Wort zu finden, aber diejenigen, die diese internationale kollektivistische Regierung wirklich kontrollieren wollen, sind nicht dumm. Sie haben viel Geld und sie haben Denkfabriken, die Strategien ausarbeiten. Und eine der Strategien, die sie schon immer angewandt haben, besteht darin, ihre eigene Opposition zu führen. Und sie versuchen, ihre eigene Opposition zu führen, weil sie vor allem wissen, dass es eine Opposition geben wird. Warum also warten? Warum darauf warten, dass sich eine echte Opposition entwickelt, wenn man weiß, dass dies eintreten wird? Schicken sie ihre eigenen Leute raus und lassen sie sie so tun, als wären sie ihre Opposition. Und jeder wird ihnen folgen. Insbesondere, wenn sie gut finanziert sind. Und wenn sie die passenden Reden halten und die richtigen Worte verwenden. Sie kennen diese beeindruckenden Wahlkampfreden, nicht wahr? Aber tatsächlich sind sie unter der Kontrolle genau der Personen, gegen die sie sich aussprechen. Ich stieß auf diese Tatsache, als ich das Federal Reserve System untersuchte. Ich fand heraus, dass in den Anfangszeiten genau die Bankiers, die dieses Kartell gründeten und den Federal Reserve Act entwarfen, es war ihr Entwurf. Als es darum ging, das Gesetz öffentlich zu bewerben, finanzierten sie es und stellten ihre eigene Opposition. Einige dieser Bankiers hielten sogar Reden und Interviews, in denen sie behaupteten, dieses Gesetz sei schlecht. Das ist schlecht für Amerika. Es wird der Wirtschaft schaden. Und sie wussten, dass der Durchschnittsbürger, der das in der Zeitung liest, sagen würde, ach du meine Güte, Maude, hör dir das an. Diese Banker mögen den Federal Reserve Act nicht besonders. Hm, das muss ziemlich gut sein, weißt du? Sie spielen also dieses Spiel. Wir wissen, dass es auch heute noch stattfindet. Wenn sie die Tea Party Bewegung zum Beispiel diskreditieren wollen, weil sie sie nicht steuern können. Angenommen, wenn eine Partei sie nicht beherrschen kann, versucht sie, sie herabzusetzen. Sie versuchen, und ich denke, sie haben es schon getan, Personen in die Tea Party Bewegung zu integrieren, die entweder echte Extremisten sind, sich als solche ausgeben, oder dafür sorgen, dass echte Extremisten in die Bewegung kommen. Wenn Medienteams Fotos machen, fokussieren sie auf die 10.000 informierten Mittelklasse-Amerikaner, oder auf die zwei oder drei Aluhutträger, oder die mit Hakenkreuzen auf dem Arm. Das ist ihr Fokus, verstehen Sie? Und ich vermute, dass einige dieser Personen absichtlich dort platziert werden, um die Bewegung zu dämonisieren und zu diskreditieren. Für viele Amerikaner ist es schwer zu fassen, da sie nicht verstehen, dass hier ein harter Kampf stattfindet. Dieses politische Spiel ist intensiv, und sie realisieren nicht, dass es ein Spiel mit professionellen Spielern ist. Es ist eine historische Tatsache, dass die Gruppe von Menschen, die wir manchmal als Kapitalisten bezeichnen, die großen, superreichen Familien, Sie wissen schon, die Rothschilds, die Rockefellers und die Chefs der großen Unternehmen in Amerika, AT&T, Ford Motor Company und so weiter. Die Leute halten sie für die Superkapitalisten. Es ist eine historische Tatsache, dass viele dieser Personen die wesentliche Finanzierung bereitgestellt haben, um Regime wie das von Hitler an die Macht zu bringen, das sowohl von amerikanischen als auch britischen Finanziers stark unterstützt wurde, ebenso wie im kommunistischen Russland. Die dortige Gruppe, die leninistische Gruppe, wurde von amerikanischen und Londoner Bankern gut finanziert. Es ist also verlockend zu sagen, nun, sie haben ihre eigene Opposition geschaffen. Und ich denke, das ist teilweise wahr, aber ich würde nicht so weit gehen. Ich glaube, diese Leute schauen sich um und sehen, welche Art von lokaler Opposition es da draußen gibt oder welche Art von lokalen Gruppen wachsen. Es entstehen Bewegungen, die sie unbedingt kontrollieren möchten. Sie gründen diese Gruppen vielleicht nicht direkt, aber sie identifizieren diejenigen, die an die Spitze gelangen und investieren in sie. Wenn man genug Geld hat, sagen wir Millionen und Abermillionen von Dollar, kann man leicht Einfluss auf fast jede neue Gruppe gewinnen, die gegen ihre Opposition kämpft und nach Geld sucht. Sie haben also dieses Spiel gespielt. Sie haben es sowohl in der Sowjetunion als auch im Nazi-Deutschland gespielt. Ich glaube, sie tun dasselbe in Amerika. Ich denke, das ist eines der Dinge, die gerade mit der Tea-Party-Bewegung passieren. Sie glauben nicht, dass sie diese überhaupt ins Leben gerufen haben, aber sie sehen sie als etwas, das das Potenzial hat, eine mächtige Bewegung zu sein. Und so investieren sie ihre größte Aufmerksamkeit und viel Geld, um zu sehen, ob sie es nicht für ihre eigenen Zwecke nutzen können. Eine andere Taktik besteht darin, dass die Opposition weiß, dass das amerikanische Volk, wie jedes Volk auf der Welt, ungern auf seine Freiheit und seine Annehmlichkeiten verzichtet. Wenn es nach ihnen geht, ist es ein Mittel, um sich vor einer gefürchteten Bedrohung zu schützen. Daher sind Regime, die um die Treue ihres Volkes ringen, extrem riskant, da sie intuitiv wissen, dass sie in den Krieg ziehen müssen. Sie sind sich bewusst, dass das Volk in Kriegszeiten stets hinter ihren Führern steht. Denn wir sind im Krieg. Und wenn wir diesen Krieg verlieren, werden wir angegriffen. Wir werden von einem gefürchteten Gegner besiegt. Daher ist es in der Geschichte häufig so, dass schwache Regierungen oder solche, die ihren Einfluss auf ihr Volk verlieren, Kriege starten oder Operationen unter falscher Flagge gegen sich selbst inszenieren. Sie erschaffen ihre eigenen Feinde. Sie wollen sich als Opfer darstellen, um ihre Bürger hinter sich zu versammeln. Und jeder, der diese Führer weiterhin kritisieren möchte, wird dann als unpatriotisch oder möglicherweise sogar als Verräter gebrannt Markt. Es ist also ein alter Trick. Er wurde im Laufe der Geschichte immer wieder angewandt. Machiavelli hat darüber geschrieben. Es ist allgegenwärtig. Überall, wo man in der Geschichte hinsieht, sieht man, dass diese Taktik angewandt wird. Wird sie heute in Amerika angewendet? Auf jeden Fall. Das muss ich leider sagen. Es ist faszinierend, wie Organisationen, die so unschuldig wie eine steuerfreie Stiftung klingen, einen enormen Einfluss auf die Innen-, Außen- und Wirtschaftspolitik eines Landes ausüben können. Es zeigt sich, dass Organisationen wie der Rockefeller Fonds und die Ford Foundation, diese großen steuerbefreiten Giganten, generell als wohltätig angesehen werden. Sie führen angeblich verschiedene Wohltätigkeits- oder Bildungsprojekte durch. Aber Junge, es gibt einen Unterschied zwischen diesem Bild und der Wahrheit. Einige von ihnen investieren einen großen, wenn nicht den größten Teil ihres Vermögens in bestimmte Projekte. Diese werden zwar als wohltätig bezeichnet, sind aber in Wirklichkeit sehr politisch. Vor allem kommt mir die Ford Foundation in den Sinn, denn obwohl sie Millionen und sogar Hunderte von Millionen Dollar ausgibt, tut sie dies angeblich, um die soziale und wirtschaftliche Lage von Minderheitengruppen zu verbessern. Wenn Sie sehen, wohin das Geld fließt, geht es fast immer an sehr radikale Minderheitengruppen. Es handelt sich dabei nicht einmal mehr um Minderheitengruppen. Es handelt sich um radikale politische Gruppen, die versuchen, sehr destruktive Bewegungen in den Vereinigten Staaten zu initiieren, einschließlich aller radikalen Latino-Bewegungen. Und ich meine nicht nur die Latinos. Ich spreche von radikalen Bewegungen, wie dem Umsturz der Vereinigten Staaten, dieser Art von Bewegung, die Texas abspaltet und es an Mexiko zurückgibt. Das ist die Art von Bewegung, von der ich spreche. Und sie werden alle von der Ford Foundation finanziert, alles steuerbefreite Gelder. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Und man kommt schließlich zu dem Schluss, dass die Direktoren der Ford Foundation genau wissen, was sie tun. Sie machen keinen Fehler und wiederholen nicht immer wieder den gleichen Fehler seit Jahrzehnten. Sie wissen genau, was sie tun. Und was sie zu tun versuchen, ist, Amerika zu spalten. Sie versuchen, Amerika zu schwächen. Sie versuchen, Amerika zu Fall zu bringen. Damit verliert sie ihre Stellung als mächtige Kraft in der Welt, wodurch sie ins Wanken gerät und in die Knie geht, um sich nahtlos mit allen anderen Nationen der Welt zu vereinen. Und sie wird bereit sein, ihre Kultur, ihre Freiheiten, ihr Rechtssystem, ihr Wirtschaftssystem aus Dankbarkeit aufzugeben, um vor einer Art innerem Chaos und einer Revolution, vor dem Verhungern und so weiter, gerettet zu werden. Mit anderen Worten, diese Leute versuchen absichtlich, Amerika zu schwächen. All das wird also getan. Nicht alles davon. Das meiste davon geschieht unter der Schirmherrschaft von steuerbefreiten Stiftungen. Was für ein schönes Cover. Aber das ist schon lange so. Die Funktion der amerikanischen Regierung hat sich zweifellos verändert. Ursprünglich gab es ein System der gegenseitigen Kontrolle. Und die Exekutive, die Judikative und die Legislative sollten ziemlich gleichberechtigt sein, damit sie sich gegenseitig kontrollieren konnten. Es gab einen Wandel, einen allmählichen Wandel im Laufe der Jahre, der vor allem mit dem Ersten Weltkrieg begann, als es diese große Krise gab und wir uns gegen ausländische Feinde verteidigen mussten. Seitdem hat eine Krise nach der anderen dazu beigetragen, dass wir unsere Regierungsform ändern mussten, um angeblich mehr Sicherheit zu erreichen. Wir haben also das Konzept der Gewaltenteilung nach und nach aufgegeben. Sie wurde durch Entscheidungen des obersten Gerichtshofs bestätigt. Neue Gesetze haben es verstärkt und die Medien und vor allem die Gleichgültigkeit oder gar Unwissenheit der Amerikaner, da dies nicht mehr in der Schule gelehrt wird, haben es unterstützt. Unabhängig von den Umständen oder Verantwortlichen, es ist geschehen. Nun fehlt uns die Kontrolle und das Gleichgewicht zwischen den drei Regierungszweigen. Eine realistische Einschätzung ist, dass wir eine Diktatur haben. Es handelt sich um eine demokratische Diktatur und der größte Teil der Macht liegt in den Händen des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ursprünglich sollte der Präsident wie der Geschäftsführer eines jeden Unternehmens sein. Er nahm Befehle vom Vorstand entgegen und bestimmte nicht die Politik. Zumindest nicht die große Politik. Vielleicht die kleinere Politik. Aber die wichtigsten Entscheidungen wurden vom Vorstand getroffen und seine Aufgabe bestand lediglich darin, diese Politik umzusetzen. So war es früher in Amerika. Der Präsident war eine relativ unbedeutende Person. Er wurde von den Staaten gewählt und hatte die Aufgabe, die Politik des Kongresses umzusetzen. Heute ist das nicht mehr der Fall. Heute ist der Präsident im Grunde genommen wie ein König. Wir bezeichnen ihn nicht als König. Wir sagen nicht eure Hoheit. Wir sagen Herr Präsident. Aber er hat fast unbegrenzte Befugnisse, wie jeder große Herrscher der Geschichte. Und der Kongress, obwohl wir ihn immer noch als ein wichtiges Gremium betrachten, tritt ziemlich zurück und lässt den Präsidenten tun, was er will. Theoretisch hat der Kongress die Kontrolle über den Geldbeutel, weil er über die Finanzierung der Projekte des Präsidenten abstimmen kann. Aber selbst das wurde umgangen, weil der Präsident und nicht nur der aktuelle Präsident, sondern der gesamte Prozess, Mittel und Wege erarbeitet hat, um in Zusammenarbeit mit dem Federal Reserve System Gelder zu generieren, ohne dass der Kongress eingreifen kann. Jetzt hat der Präsident also Sonderfonds für dies und das und geheime Fonds für dies und das. Der Präsident kann mit einem Federstrich alle Arten von Geld generieren, ohne dass der Kongress überhaupt ein Mitspracherecht hat. Wir kommen also zu dem traurigen Schluss, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr das Land sind, das sie einmal waren. Und die Frage ist, was werden wir dagegen unternehmen? Die alten Methoden, einen Brief an ihre Kongressabgeordneten zu schreiben, funktionieren nicht mehr. Es ist Zeit für einen grundlegenden Wandel. Das wird nicht geschehen, bis immer mehr Amerikaner aufwachen und erkennen, dass wir in einer Illusion leben. Wir lesen immer noch in unseren Geschichtsbüchern, sehen Bilder von George Washington und glauben, dass es immer noch so ist. Aber das ist nicht die Realität, Leute. Viele leben in dieser Traumwelt. Der erste Schritt ist, zu verstehen, in welchem System wir tatsächlich leben. Und dann müssen wir zurückgehen und herausfinden, welche Art von System wir wiederherstellen wollen. Und ich denke, die Wiederherstellung der Prinzipien unserer ursprünglichen Verfassung ist ein großer Schritt vorwärts. Nicht rückwärts, sondern vorwärts. Seit dem Ersten Weltkrieg haben wir einen Rückschritt in Richtung Monarchie gemacht. Wir müssen nun in die Vergangenheit blicken, um vorwärts zu kommen, wenn ich das so ausdrücken darf. Aber es wird nicht geschehen, bis eine große Anzahl von Amerikanern versteht, dass es geschehen muss. Ist das nun eine optimistische oder eine pessimistische Sichtweise? Ich denke, langfristig gesehen ist es eine optimistische Sichtweise. Kurzfristig gesehen ist das eine pessimistische Sichtweise, denn bis November wird nichts dergleichen passieren. Das wird auch bei der nächsten Wahl nicht passieren. Die Amerikaner konzentrieren sich immer auf die Frage, wie können wir das schnell umsetzen, damit ich mich wieder meinem Golfspiel widmen kann? Wissen Sie, ich möchte nicht viel Zeit darauf verwenden. Wenn ich mich engagiere, vielleicht für ein paar Monate, dann wähle ich einen Kandidaten oder so. Aber bitte ziehen Sie die Sache nicht in die Länge, denn ich bin sehr beschäftigt. Sie möchten wissen, wie wir das alles bis zur nächsten Wahl wieder in Ordnung bringen können. Bis zur nächsten Wahl ist es unwahrscheinlich, aber dennoch möglich. Das ist der optimistische Aspekt. Wenn wir den politischen Prozess realistisch betrachten und anerkennen, dass bedeutende Veränderungen oft eine oder zwei Generationen benötigen, und wenn wir unsere Verantwortung dafür akzeptieren, dann können wir beruhigt schlafen gehen und sagen, verdammt, ich trage wirklich zu dieser Sache bei. Ich bewirke etwas, und es wird passieren. Ich weiß nicht, wann die Verwaltungszweige der Regierung vollständig dominant wurden. Alles, was ich weiß, ist, dass es schrittweise geschah, und es war eine Art ruckartige Bewegung. Jedes Mal, wenn es eine Krise gibt, jedes Mal, wenn es einen Krieg gibt, jedes Mal, wenn es einen Terroranschlag gibt, oder jedes Mal, wenn es eine Bankenkrise gibt, unabhängig von der Art der Krise, beschleunigt sich diese Bewegung in Richtung Totalitarismus und verlangsamt sich dann wieder, bis die nächste Krise eintritt. Ich kann nicht genau sagen, wann dies geschieht, aber ich kann bestätigen, dass es geschieht. Und diese Entwicklung setzt sich bis heute fort. Ja, ich habe den Clip gesehen, in dem Hillary Clinton das sagt. Ich glaube, sie meinte, es sei schön, so nahe am Sitz des Council on Foreign Relations zu sein, weil sie nicht weit gehen müsse, um herauszufinden, was sie denken und wie sie in bestimmten Fragen handeln sollte. So etwas in der Art. Und ich bin sicher, dass ihr diese Aussage peinlich ist und sie wahrscheinlich eine Art einschränkende Erklärung abgegeben hat, dass sie es nicht ganz so gemeint hat. Aber die Tatsache ist, dass ich glaube, dass sie es ernst meinte. Die meisten Menschen in der Politik wissen, dass der Rat für auswärtige Beziehungen das Zentrum all dessen ist, wo die Macht liegt und man einfach keine Zustimmung bekommt, um in der Politik aufzusteigen, wenn nicht der Schalter im Gebäude des Rates für auswärtige Beziehungen umgelegt wird. Deshalb treten alle wichtigen Kandidaten für ein Amt bei den CFR-Konferenzen auf und man kann gelegentlich Videoclips von ihnen im Internet sehen. Sie halten Vorträge, manchmal vor großem Publikum, manchmal vor kleineren Gruppen. Es ist offensichtlich, dass sie eingeladen und sehr zuvorkommend behandelt werden. Dann werden ihnen Fragen gestellt, um ihre Denkweise und ihr Verhalten in bestimmten Situationen zu ergründen, sowie ihre Ansichten zu verschiedenen politischen Themen. Wenn ihre Antworten zufriedenstellend sind, erhalten sie die Zustimmung des Rates, der sagt, okay, das ist eine Person, der wir vertrauen oder die wir unterstützen können. Wenn sie jedoch die falschen Antworten geben, bezweifle ich, dass sie jemals die Zustimmung erhalten werden. Und so wissen Leute wie Hillary Clinton, dass sie selbst in dieser hohen Position im Vergleich zum Council on Foreign Relations nur eine der großen Entscheidungsträgerinnen ist. Aber sie ist es nicht. Sie ist ein kleiner Fisch und sie weiß, dass sie die Zustimmung des CFR braucht. Ich denke, dass die Leute, die dies überwachen, sich über das wachsende Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung Sorgen machen müssen. Die Frage ist jedoch, ob sie sich darüber Sorgen machen? Ich glaube nicht, dass sie das tun würden, denn wir wissen, dass sie lange vorher darüber nachgedacht haben, bevor es dazu kam. Diese Leute sind nicht dumm. Sie waren sich bewusst, dass bei Erreichen des Spielens des Widerstand aufkommen würde. Sie sind sich sicher, dass bei Verlust der wirtschaftlichen Freiheit der Menschen Widerstand entstehen wird und dass eine Krise nach der anderen auf sie zukommen wird. Sie haben das also schon lange geplant. Und ich denke, was wir wirklich sehen, ist das. Ich glaube, Alex Jones hat es als das Endspiel bezeichnet, in dem wir uns befinden. Sie nähern sich dem Endspiel und dafür haben sie einen Plan. Und das ist so. Das Kriegsrecht zu verhängen, denn wenn die Menschen aufgebracht sind, gehen sie auf die Straße, demonstrieren und werden schließlich unruhig. Sie werden gewalttätig und beginnen, Fenster einzuschlagen. Letztendlich wird jemand verletzt. Irgendwann wird jemand getötet. Schließlich wird das Kriegsrecht verhängt. Und das ist es, was sie wirklich wollen, denn sie suchen einen Vorwand für das Kriegsrecht. Alle kollektivistischen Systeme verfallen schließlich zu einem Polizeistaat, weil das die einzige Möglichkeit ist, sie zusammenzuhalten. Sind sie also besorgt, dass die Menschen darauf aufmerksam werden? Ich glaube nicht, denn sie haben das schon geplant. Sagen wir es mal so, sie sind sicherlich nicht davon überrascht. Die Bewegung hin zu einer kollektivistischen Weltregierung gibt es schon seit geraumer Zeit. Es ist unmöglich, ihren genauen Ursprung zu bestimmen, aber sie war mit Sicherheit Teil der Literatur zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Zu dieser Zeit bildeten sich in verschiedenen Teilen der Welt Gruppen und Organisationen, die dieses Ziel verfolgten. Eine faszinierende Gruppe wurde von Cecil Rhodes gegründet. Sein Testament begründete sie. Sein enormes Vermögen floss nach seinem Tod in die Errichtung einer geheimen Gesellschaft. Er betonte, es ist wichtig, dass dies geheim bleibt. All sein Geld wurde dafür verwendet. Daraus entstand in diesem Land der Council on Foreign Relations. Ähnliche Organisationen gab es auch in anderen britischen Abhängigkeiten und sie alle hatten das Ziel, eine einheitliche Weltregierung nach dem Modell des Kollektivismus zu schaffen. Es gab also dieses Umfeld politischer und intellektueller Bewegungen, die vor über 100 Jahren begannen, aber sie haben sicherlich an Dynamik gewonnen. Durch den Ersten Weltkrieg kam sie richtig in Schwung. Und dann, im Zweiten Weltkrieg, sprachen alle wichtigen Akteure auf der Weltbühne über eine Weltregierung. Sie versuchten, den Völkerbund zu etablieren, was scheiterte. Letztendlich wurde die UN gegründet, die erfolgreich war. Jetzt streben sie danach, die UN in eine globale Regierung zu integrieren, wie sie es sich immer gewünscht haben. Das ist die Situation. Eine Sache, die über eine Generation hinausreicht. Sie ist generationenübergreifend. Mit anderen Worten, es ist nicht nur die Vision einer einzelnen Person. Die Menschen, die ihn ins Leben gerufen haben, sind schon lange tot. Aber diejenigen, die ihn geerbt haben, haben diesen Traum fortgesetzt. Ich bin mir sicher, dass sie das als eine wunderbare Sache betrachten. Sie sehen darin das Ende der Nationalität, wie sie historisch definiert wurde. Sie sehen das als vorteilhaft an, sagen sie, weil es dem Krieg ein Ende setzen wird und so weiter. Und sie können die Idee als einen großen Schritt in Richtung Brüderlichkeit und einen vereinten Globus und so weiter verkaufen. Sie verwenden all diese Dinge, um es gut klingen zu lassen. Aber wenn man sich die tatsächliche Politik ansieht, die sie umsetzen, ist sie nicht so beeindruckend. Sie basiert auf dem Prinzip des Kollektivismus, wie ich bereits mehrmals erwähnt habe. Und das bedeutet, dass es sich um eine allmächtige Regierung handelt. Es handelt sich um eine tyrannische Regierung. Es ist die gleiche Art von System, die Adolf Hitler im Sinn hatte. Und wir haben einen Krieg geführt, um ihn und sein System zu zerstören. Es ist dasselbe System, das Josef Stalin vorgeschwebt hatte. Und wir haben einen kalten Krieg geführt und eine Menge anderer Dinge getan, um sicherzustellen, dass das nicht passiert ist. Das gleiche System, das Mao Zedong im Sinn hatte, und ein Benito Mussolini, all die großen Kollektivisten der Geschichte strebten diese einheitliche Weltregierung nach dem Modell des Kollektivismus an. Und wir haben bis vor kurzem dagegen gekämpft. Jetzt sind wir selbst die größten Befürworter dieses Modells. Wir nennen es nicht Tyrannei. Wir nennen es nicht Faschismus oder Nazismus oder Kommunismus. Wir haben einen besseren Namen dafür. Der Name, den sie gewählt haben, ist Neue Weltordnung. Das ist ihre bevorzugte Bezeichnung dafür. Aber wenn man ihr Wesen und ihre Essenz untersucht, handelt es sich um ein kollektivistisches System, eine mächtige Regierung, kleine Leute an der Basis, die Befehle entgegennehmen. Das ist also das Konzept. Es ist seit über 100 Jahren in Entwicklung. Es sieht so aus, als ob es in Sichtweite kommt. Wir haben gesehen, wie sich die Nationen Europas zur Europäischen Union zusammengeschlossen haben. Die Souveränität aller europäischen Nationen ist mittlerweile fast vollständig an die Europäische Union übergegangen. Es wurde immer behauptet, dass ein Schritt zur Schaffung einer tatsächlichen Weltregierung darin besteht, die kleineren Regierungen der Welt zunächst in regionalen Gruppierungen wie der Europäischen Union zu vereinen. Sie planen etwas für Asien und Afrika, und jetzt setzen sie es um. Es wird diskutiert, eine nordamerikanische Union zu gründen, die die USA, Mexiko und Kanada umfasst. Obwohl dies bestritten wird, ist der Prozess seit über zehn Jahren im Gange. Wenn man sich die Gesetze und Entscheidungen der Bundesregierung ansieht, wird oft von Harmonisierung gesprochen, was bedeutet, dass sie versuchen, unsere Gesetze mit denen von Kanada und Mexiko zu vereinbaren. Dieser Prozess ist also aktiv. Und wir haben den Euro gesehen, eine Ablösung der nationalen Währungen in Europa, eine einheitliche regionale Währung. Nun wird auch hier in den Vereinigten Staaten darüber diskutiert, den US-Dollar, den mexikanischen Peso und den kanadischen Dollar abzuschaffen und eine neue Währung für die drei zu schaffen. Sie wird wahrscheinlich Amero genannt werden. Das ist der Name, den sie momentan zu bevorzugen scheinen. Schritt für Schritt wird diese Struktur der Weltregierung, die auf dem Modell des Kollektivismus basiert, jeden Tag aufgebaut. Werfen Sie einen Blick in Ihre Zeitung und Sie werden sehen, dass ein neuer Meilenstein erreicht wurde. Ein weiteres Holz wurde eingeführt, das zunehmend verwendet wird. Ist das nun ein guter oder ein schlechter Prozess? Ist das ein unvermeidlicher Prozess? Nun, zunächst einmal glaube ich nicht, dass er unvermeidlich ist. Denn er muss von Menschen durchgeführt werden. Und die Menschen müssen ihn entweder wollen oder nicht. Sie ist weit fortgeschritten, weil die Menschen, die das Sagen haben, die wir wählen, die unsere eigene Regierung führen, die die Regierungen dieser anderen Nationen führen, an der Spitze stehen. Diese Leute sind alle dafür. Deshalb findet es auf der Ebene der Wähler statt. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute überhaupt wissen, dass das passiert. Und wenn sie es wüssten, würden sie wahrscheinlich sagen, ich halte das für keine gute Idee. Der Trick bestand also immer darin, dies zu bewerkstelligen, ohne das amerikanische Volk oder die Menschen in Großbritannien oder Frankreich oder Deutschland oder Mexiko oder Kanada zu sehr zu alarmieren, bevor es zu spät ist. Das war schon immer die Strategie, die sie verfolgt haben. Und das bedeutet, dass sie leugnen müssen, dass es so etwas gibt. Es bedeutet, dass sie es hinter verschlossenen Türen tun müssen. Das bedeutet, dass sie es dem Kongress nicht zur Abstimmung vorlegen. Sie tun es eher auf administrativem als auf gesetzgeberischem Wege. Und all diese Strategien und Taktiken werden angewandt. Ist das eine gute oder eine schlechte Sache? Meiner Meinung nach ist das eine sehr schlechte Sache, weil ich glaube, dass der Kollektivismus der Friedhof der Zivilisation ist. Es ist sicherlich der Friedhof der Freiheit, nur darüber nachzudenken. Kein kollektivistisches System auf der Welt war jemals ein Ort, an dem die Freiheit gedeihen konnte. Die Menschen landeten immer im Gulag oder in einer Art Konzentrationslager, wenn sie mit ihren Anführern nicht übereinstimmten. Es ist meiner Meinung nach wichtig, all diese Aspekte zu verstehen, um einen effektiven Plan zur Bekämpfung zu entwickeln. Denn ohne einen solchen Plan sind all diese Informationen rein akademisch. Der erste Schritt zur Lösung besteht darin zu wissen, was nicht zu tun ist. Und damit meine ich, dass man nicht in dieses Links-Rechts-Paradigma hineingeraten sollte, bei dem sowohl der rechte als auch der linke Flügel dieses Ziel verfolgen, sich aber gegenseitig bekämpfen. Und wenn wir in diese Falle geraten, werden wir unsere ganze Zeit damit verbringen, gegen die Linken oder gegen die Rechten zu kämpfen. Und es macht keinen Unterschied. Denn egal, auf welcher Seite man in diesem Kampf steht, man unterstützt immer noch diese globalistische Regierungsstrategie. Das Erste, was man wissen muss, ist, dass man nicht in diesem Links-Rechts-Paradigma gefangen sein darf. Als Nächstes muss man wissen, was man will. Es reicht nicht aus, zu wissen, was man nicht will. Natürlich wollen wir keine Tyrannei. Natürlich. Aber was wollen wir? Nun, der Durchschnittsmensch würde sagen, ich möchte einfach nur frei sein. Dann würden Sie diese Person fragen, was ist Freiheit? Nun, das ist eine gute Frage, nicht wahr? Was ist Freiheit? Viele Leute denken, dass Freiheit lediglich bedeutet, nicht im Gefängnis zu sein. Das ist ihre Definition. Wenn Sie nicht im Gefängnis sind, sind Sie frei. Das macht keinen Unterschied. Wenn Sie nicht frei sind, dort zu leben, wo Sie leben möchten, oder einzustellen, wen Sie einstellen möchten, oder zu reisen, wohin Sie reisen möchten, oder Ihr Geld so auszugeben, wie Sie es ausgeben möchten, oder zu schreiben, was Sie schreiben möchten, oder im Internet zu sagen, was Sie sagen möchten. Sie halten das nicht für wichtig, solange man nicht im Gefängnis sitzt. Sie nennen das Freiheit. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, für diese Art der Definition von Freiheit zu kämpfen. Wir müssen also wissen, was wir wollen. Was ist Freiheit? Das ist der Grund, warum wir Freedom Force International gegründet haben. Weil unsere Bewegung versucht, das zu definieren. Wir haben es definiert. Wir haben das Glaubensbekenntnis der Freiheit, das unserer Meinung nach eine sehr positive Aussage über die Bedeutung von Freiheit ist. Und wir haben das Gebot der Freiheit, die Dinge, die du nicht tun sollst, zum Beispiel, sehr einfache Dinge. Aber alle großen Bewegungen der Geschichte haben immer mit einfachen Konzepten begonnen. Die Freiheitsbewegung in Amerika und auf der Welt braucht im Moment sehr ernsthaft einige einfache Konzepte, einige einfache Prinzipien, einige Ideen, an die man glauben kann. Ein altes Sprichwort besagt, dass man auf alles hereinfallen kann, wenn man an nichts glaubt. Das ist sehr wahr. Der erste Schritt, um dieser Abdrift hin zu einer globalen, kollektivistischen, tyrannischen Regierung umzukehren, besteht also darin, zu wissen, woran wir glauben, was Freiheit ist und in der Lage zu sein, sie zu definieren, sie zu verteidigen, gegen das kollektivistische System zu argumentieren und zu sagen, dass dieses System besser ist als jenes. Aus diesem Grund, aus jenem Grund und aus folgendem Grund. Und schließlich stellt sich die letzte Frage, wer wird das tun? Es ist leicht, mutlos zu werden, sich entmutigen zu lassen und zu sagen, naja, das interessiert doch niemanden. Mein Nachbar mäht gerade seinen Rasen. Er ist ein netter Kerl. Wir reden über Baseball, wir reden über das Wetter. Wir können über die neuesten Filme reden, aber über Politik will er nicht reden. Die Wirtschaft ist ihm egal, er will sich einfach nicht informieren. Und er will ganz sicher keine persönliche Verantwortung für die Überwachung und Veränderung des Systems übernehmen. Wie wollen Sie also diese große Entwicklung hin zu einer globalen Regierung bekämpfen, wenn all diese mächtigen Leute an der Spitze stehen und sich niemand auf der Straße darum kümmert? Die Antwort ist, dass alle Bewegungen in der Geschichte immer von weniger als 3% der Bewölkerung bestimmt worden sind. Man braucht nicht alle da draußen. Tatsächlich, das wird nie passieren. Es wird nie passieren. Es ist in der Geschichte noch nie passiert. Und das wird weder jetzt noch in Zukunft der Fall sein. Immer sind es nur 3% oder weniger der Bevölkerung, die wirklich etwas verändern und bewegen möchten. Wenn Sie drei Personen erreichen, die wirklich engagiert sind, bereit, Opfer zu bringen und sich zu engagieren, dann ist Erfolg möglich. Und der Mann von nebenan wird weiterhin seinen Rasenmäher schieben und den Weg gehen, den das System vorgibt. Das war schon immer so. Wir sollten also nicht entmutigt sein von der Tatsache, dass nicht alle daran interessiert sind. Unsere Aufgabe besteht darin, die 1, 2 oder 3% der Menschen zu finden, die Interesse haben, ihnen die Botschaft zu vermitteln, uns mit ihnen zu vereinen. Und dann müssen wir an die Macht kommen. An die Macht zu kommen bedeutet, dass wir uns in die Politik einbringen müssen. Wir müssen zurück in die Medienzentren. Wir müssen diese Informationen an alle weitergeben. Wir können und müssen unsere Stimmen in den großen Machtzentren der Gesellschaft, den politischen Parteien, den Gewerkschaften, den kirchlichen Organisationen, den Medienzentren und so weiter hören lassen. Hier müssen wir die 3% oder weniger ansetzen. Hier werden wir den Kampf finden. Hier werden wir den Feind bekämpfen. Und hier werden wir die jeweiligen Länder der Welt zurückerobern. Es gibt diesen irrtümlichen Wettbewerb zwischen der linken und der rechten Perspektive. Wir haben den maskierten Räuber mit der schwarzen Maske und den Wrestling Ring. Und dann kommt der Kerl mit dem blauen Umhang herein und sie beginnen diesen großartigen, unechten Ringkampf. Und es ist eine großartige Show. Und sie haben Cheerleader, die Kommentatoren, Sie wissen schon, auf der linken und der rechten Seite und das Publikum genießt das Spiel. Sie schauen sich das Spiel gerne an. Es ist aufregend, nicht wahr? Ich meine, Sie werfen sich gegenseitig aus dem Ring. Sie prügeln sich gegenseitig. Er ist oben, er ist unten. Nein, er gewinnt. Nein, er verliert. Nun, er hat dieses Spiel verloren, aber er wird nächste Woche wieder dabei sein. Bleibt dran, Leute, für das nächste Spiel. Es wird ein weiteres Spiel geben und so weiter. Wir sprechen hier über die amerikanische Politik. Diese beiden professionellen Wrestler haben sich im Wrestling Match ein wenig bekämpft. Danach gehen sie in die Umkleidekabine, klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, gehen raus und trinken ein Bier zusammen. Sie sagen dann, nun, das war eine ziemlich gute Show. Was werden wir nächste Woche machen? Das ist amerikanische Politik. Und wir haben unsere Cheerleader, Sie wissen schon, die Nachrichtenkommentatoren und die Talkshow-Moderatoren auf der linken und auf der rechten Seite. Und sie gestalten die Debatte. Sie lassen das amerikanische Volk nicht über die wirklichen Probleme diskutieren. Sie lassen sie nicht einmal über die wirklichen Fragen nachdenken, nämlich, wollen wir die amerikanische Souveränität behalten oder nicht? Lassen wir das Federal Reserve System, das ein Bankenkartell ist, weiterhin unsere Regierung leiten oder nicht? Sie lassen uns nicht über diese Dinge sprechen. Das ist also das Problem. Solange wir von den falschen Wrestlern und ihren gut bezahlten Cheerleadern in den Medien abhängig sind, um uns auf sekundäre Themen zu konzentrieren, werden wir nie aus diesem Schlamassel herauskommen. Zuerst muss man also das Problem erkennen, herausfinden, wer der Gegner ist, und sich dann von ihm distanzieren. Nun, ich denke, Glenn Beck's Show ist vor allem sehr unterhaltsam und er macht seine Arbeit gut. Ich habe ein paar Probleme mit seiner Fernsehpersönlichkeit. Ich stehe nicht wirklich darauf. Aber viele Leute tun es, weil er so aufrichtig, emotional und scheinbar patriotisch ist. Er liebt sein Land und so weiter. Und das kommt ziemlich gut an. Zweifle ich an seiner Aufrichtigkeit? Ja, das tue ich. Denn ich weiß, dass es eine Show ist. Und ich weiß, dass er, wenn er wirklich so besorgt und patriotisch wäre, wie er vorgibt zu sein, kriminelle Aktivitäten sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite aufdecken würde. Dann wüsste ich, dass er aufrichtig ist. Aber weil er so gut in der Mitte positioniert ist, kritisiert er nur die linken und lässt alle Rechten ungeschoren davonkommen. Ich weiß, dass dies ein unechter Ringkampf ist. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Fox News Network zum Imperium von Rupert Murdoch gehört und, wie so viele andere große Medienzentren wie ABC, CBS, NBC, alle in den Händen von Mitgliedern des Council on Foreign Relations liegen. Murdoch selbst ist ein Mitglied des Council on Foreign Relations. Und was sagt Ihnen das? Das zeigt Ihnen, dass es eine Agenda gibt. Diese Leute haben eine Agenda und sie prahlen damit. Es ist nicht schwierig zu verstehen, worum es geht. Die Agenda ist die Weltregierung. Die Agenda ist eine Weltregierung, die auf dem Modell des Kollektivismus basiert. Wir wissen also, dass Murdoch kein konsistentes Programm oder eine Bewegung innerhalb seines Netzwerkkanals zulassen würde, wenn es nicht, zumindest in seinen Augen, in irgendeiner Weise seine Agenda fördern würde. Wir wissen also, dass das Spiel von Anfang an manipuliert ist. Wie passt das also zusammen? Hier haben wir also den Fox-Sender, der den rechten Flügel dieses Links-Rechts-Paradigmas vertritt. Und wir haben andere Gruppen auf der anderen Seite, die ich nicht erwähnen werde, weil es so viele von ihnen gibt. Aber sie repräsentieren den linken Flügel dieses Paradigmas. Und es hängt davon ab, wem man zuhört, welchen Kanal man sich ansieht. Man hat diesen Cheerleader-Effekt. Das sind die Guten auf der rechten Seite. Und alle auf der linken Seite sind böse. Oder umgekehrt. Alle auf der linken Seite sind gut. Und alle auf der rechten Seite sind schlecht. Und das ist kein Zufall. Das Fox-Network passt in die Rolle des Cheerleaders für alles, was konservativ ist. Das heißt derzeit zumindest für die Republikanische Partei. Und das tun sie auch sehr gut. Und wenn Glenn Beck die Tabelle zeichnet, die die Abstammung und die Verbindung zur kommunistischen Partei und alles andere zeigt, habe ich keinen Zweifel, dass das wahr ist. Aber warum tut er nicht dasselbe für die Bush-Familie, zum Beispiel, indem er ihre Verbindung zu den Nazis in Deutschland und die Bankverbindung, durch die sie den Aufstieg von Adolf Hitler finanzierten, aufzeigt? Warum tut er das nicht? Das wird er nie tun. Und er würde jeden lächerlich machen, der es zur Sprache bringt. Er würde sie als Verschwörungstheoretiker oder Ähnliches bezeichnen. Das ist die Rolle, die er spielt. Und er spielt sie sehr gut. Um diesen Ping-Pong-Ball oder diesen Tennisball über das Netz hin und her zu spielen, von den Republikanern zu den Demokraten, von den Demokraten zu den Republikanern, benötigt man also Leute, die Experten darin sind, die andere Seite zu kritisieren. Ich meine, das ist Teil des Spiels. Man kann keine offene und objektive Analyse der Nachrichten vornehmen. Sonst würden die Leute sagen, hm, ich schätze, beide Parteien sind miserabel. Das geht nicht. Denn so wird das Spiel nicht gespielt. Man muss also Leute haben, die die Linke entlarven und bekämpfen, und andere Leute auf der Linken, die die Rechten bekämpfen und entlarven. Deshalb braucht man stets Personen, die ernsthafte Opposition und Kritik an der Gegenseite üben können. Und das hängt davon ab, wer im Amt ist. Denn sie sind alle unzulänglich. Es ist stets einfach, etwas zu finden, das man kritisieren kann. Sie alle lügen. Sie alle machen Versprechungen, die sie nicht beabsichtigen einzuhalten und tatsächlich auch nicht einhalten. Sie sind alle in verschiedene Arten von Betrug und Täuschung verwickelt. Und es herrscht Unehrlichkeit. Ich meine, das ist eben Politik. Sie sind alle so. Vielleicht reserviere ich einen Platz für mich, ich weiß nicht. Ron Paul ist wahrscheinlich nicht so, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass es anders sein wird. Und so ist es einfach, wenn eine Partei an der Macht ist, gibt man ihnen eine kleine Schonfrist, um bekannt zu geben, dass sie nichts ändern werden. Und dann legt die andere Seite nach und sagt, oh, sieh mal, was sie getan haben, wie schlecht sie sind. Und so denken die Wähler, oh ja, wir müssen ihnen loswerden. Und so werden sie aufgewiegelt, wie jetzt die Leute in der republikanischen Partei, die fordern, unser Land zurückzuerobern, die Verfassung wiederherzustellen und die CIA aus unseren Schlafzimmern und von unseren Computern zu entfernen und so weiter. All diese schönen Sprüche sind nicht ernst gemeint oder sie spielen nur mit den Gefühlen der Wähler. Sie möchten nur den nächsten Republikaner präsentieren und die Menschen schauen sich den Republikanern nicht genau an, da sie voller Verachtung und Hass auf die Demokraten, insbesondere auf Herren, sind. Sie werden sagen, es ist mir egal, wen wir einsetzen. Jeder wäre besser als das. Natürlich kam Obama auf diese Weise ins Amt. Sie sagten, nun, Obama ist mir egal. Es ist mir egal, was sie sagen. Jeder wäre besser als Bush. Und das geht hin und her. Und Bush wurde gewählt. Nun, jeder wäre besser als Clinton. Die amerikanische Politik ist von Hass geprägt. Es geht nicht darum, wen du liebst oder wen du magst. Es geht darum, wen du hast. Das ist es, worum es heute geht. Und diese Strategie scheint ziemlich gut zu funktionieren. Es ist immer ein Schock, wenn die Menschen erkennen, dass einige der größten Massenmörder und Tyrannen der Geschichte tatsächlich von sehr wohlhabenden Finanziers und Mächten aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien unterstützt und finanziert wurden. Sie gehen manchmal sehr eng Hand in Hand. Jeder weiß über Hitlers Aufstieg Bescheid. Aber niemand weiß, dass die Nazi-Partei von vielen der Bankendynastien finanziert wurde, die es noch heute in den Vereinigten Staaten gibt. Sie haben ihn finanziert, die großen Konzerne. Sie gingen eine Partnerschaft mit einigen deutschen Unternehmen ein. Sie nannten sie IG Farben. Es war ein Kartell und sie investierten riesige Summen in die Kriegsmaschinerie der Nazis. Sie unterstützten Adolf Hitlers politische Partei, die NSDAP, finanziell. Sie schickten sogar einen ihrer PR-Experten, ich glaube, sein Name war Ivy Lee, nach Deutschland, um Hitler zu interviewen und zu analysieren, ihn zu beraten und Vorschläge zu machen, wie man sein öffentliches Image verbessern könnte. Sie waren sehr daran interessiert, das Nazi-Regime zu fördern. Das ist aktenkundig. Das ist keine Frage der Meinung. Man kann es mögen oder ablehnen. Es ist eine Frage des Protokolls. Aber das passiert doch immer. Und als Mao Zedong an die Macht kam, hätte er nicht an die Macht kommen können, wenn es nicht sehr mächtige Kräfte innerhalb der Vereinigten Staaten am Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben hätte. Die Japaner waren zwar vertrieben worden, aber in China gab es eine große Spaltung. Die nationalistischen Chinesen unter Chiang Kai-shek hielten einen großen Teil des Landes. Und ein anderer Teil war in den Händen der kommunistischen Kräfte, der chinesischen Kräfte, unter der Führung von Mao Zedong. Die nationalistischen Kräfte und die kommunistischen Kräfte waren erbitterte Feinde, auch wenn sie mehr oder weniger gemeinsam gegen die Japaner gekämpft hatten. Beide wussten, dass am Ende des Krieges nur der eine oder der andere überleben würde und so bereiteten sie sich auf den Kampf gegeneinander vor. Das war nicht im Interesse der Menschen in Washington, D.C. Sie wollten das nicht zulassen. Und sie übten Druck auf die nationalistischen Chinesen die Regierung von Chiang Kai-shek aus, damit sie die Kommunisten in Schlüsselpositionen in ihre eigene Regierung aufnahmen, was sie als Koalitionsregierung bezeichneten. Und sie wollten, dass sie Schlüsselpositionen einnehmen, also vor allem die Kontrolle über das Militär übernehmen. Nun, das ist das Ende des Spiels, wissen Sie. Die Nationalisten wollten damit nichts zu tun haben. So unterbrach General George Catlett Marshall, der damals für alle militärischen Operationen im asiatischen Raum verantwortlich war, einfach den Fluss von Munition und Waffen an die nationalistischen Chinesen und sorgte dafür, dass die gesamte militärische Ausrüstung, die die Japaner zurückgelassen hatten und die kommunistischen Chinesen geliefert wurde. Und mit diesen beiden Handlungen stand es außer Frage, dass die Truppen von Mao Zedong, die zu diesem Zeitpunkt viel besser ausgerüstet waren, als die nationalistischen Kräfte, den Sieg davontragen würden. Und so ist es dann auch gekommen. Und George Marshall rühmte sich sogar hinterher. Er sagte, mit einem Federstrich entwaffne ich jetzt 30 Divisionen der Armee von Chiang Kai-shek. Das ging also alles von den Vereinigten Staaten aus. Das war die Entscheidung der sogenannten kapitalistischen Kräfte in Amerika, dass die chinesischen Kommunisten nun China übernehmen würden. All diese Dinge stehen also im Widerspruch zu den herkömmlichen Erkenntnissen über die Ereignisse der Geschichte. Aber wie ich bereits sagte, ist nichts davon wirklich schwer zu finden. Es ist eine Frage der Aufzeichnung. Die Geschichte wurde festgehalten und es ist nicht mehr nur eine Frage der Meinung. Die Quintessenz ist also, dass einige der brutalsten und totalitärsten Regime der Geschichte von Menschen mit erheblichem Reichtum finanziert wurden. Von Menschen, die wir früher als Kapitalisten bezeichnet haben und manchmal immer noch als Kapitalisten bezeichnen. Warum? Weil sie über großen Reichtum verfügen. Und was wir nicht erkennen ist, dass großer Reichtum allein nicht das eigentliche Problem ist. Es geht darum, was man mit diesem Reichtum macht. Und wie haben sie diesen Reichtum erworben? Ein Kapitalist des freien Unternehmertums ist jemand, der seinen Reichtum durch Wettbewerb und freies Unternehmertum erwirbt und Produkte und Dienstleistungen in besserer Qualität und zu niedrigeren Kosten herstellt. Ein Monopolkapitalist wäre jemand, der seinen Reichtum durch den Kauf der Loyalität von Politikern und die Durchsetzung bestimmter Gesetze erwirbt, um das Gewicht der Regierung zu seinen Gunsten zu verlagern und Hindernisse für seine Konkurrenz zu errichten. Es gibt also zwei Arten von Kapitalisten, wenn sie dieses Wort verwenden möchten. Die Kapitalisten, über die wir hier sprechen und die die totalitären Regime unterstützt haben, sind keine Kapitalisten der freien Marktwirtschaft. Sie sind Monopolkapitalisten. Und sie glauben an das Konzept des Kollektivismus. Die Frage der Bankenrettung ist eine sehr einfache Angelegenheit. Man kann es kompliziert machen, aber im Kern ist es ein sehr einfacher Sachverhalt. Und das sind die Banken, denen das Federal Reserve System gehört. Es handelt sich um ein Bankenkartell, das einen großen Einfluss auf unsere Bundesregierung hat. Und als die Banken in Schwierigkeiten gerieten und kurz vor dem Bankrott standen, waren die meisten von ihnen, wenn man sich ihre Bilanzen ansieht, technisch gesehen insolvent, weil sie so viele faule Kredite vergeben hatten. An Drittweltländer oder große Unternehmen und diese Länder und Unternehmen waren nicht mehr in der Lage, die Zinsen für diese Kredite weiterhin zu zahlen. Die Banken gelangten an den Punkt, an dem sie diese Kredite als faule Kredite abschreiben mussten. Das hätte die Banken zerstört. Sie wären untergegangen. Sie waren dabei, das Geschäft zu verlieren. Also gingen sie zu ihren Freunden in Washington und sagten, wir müssen Amerika retten. Sie haben nicht gesagt, dass wir die Banken retten müssen. Ich sagte, wir müssen Amerika retten. Wenn die Banken nachgeben, wer weiß, was dann passiert. Amerika wird untergehen. Und so stimmten ihre Freunde im Kongress für diese Milliarden und schließlich Billionen von Dollar, um all dies zu ermöglichen, um General Motors und Ford und verschiedene Länder und die Banken selbst zu retten. Und das wurde dem amerikanischen Volk als großer Schritt im Namen Amerikas präsentiert. Auf diese Weise würden wir Amerika retten, indem wir die Banken retten. Es hätte fast geklappt, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt schon genügend Leute von dem Spiel gewusst hätten. Sie wussten, dass das Federal Reserve System Geld aus dem Nichts schafft. Und sie waren sich bewusst, dass dies dazu führen würde, dass sie die Rechnung bezahlen müssten, entweder in Form von Steuern oder durch Inflation. Letztendlich in Form von Inflation, weil die Politiker nicht bereit sind, die Steuern so stark zu erhöhen, wie sie es tun sollten, um diese Ausgaben zu decken. So halten sie die Steuern stets so niedrig wie möglich. Aber sie profitieren von der Inflation, denn indem sie dieses neue Geld in die Wirtschaft pumpen, verwässern sie die Kaufkraft des gesamten vorhandenen Geldes. Als den Wählern also klar wurde, dass sie für diese Rechnungen aufkommen würden, war es nicht die Regierung, die diese Rechnungen beglich oder die Banken rettete. Es waren die Bürger und Verbraucher, die die Banken retteten, als sie ihre Wut bemerkten. Es gab starken Widerstand, viel Ärger, insbesondere als bekannt wurde, dass einige Führungskräfte Millionen Boni für den Bankrott ihrer Banken erhielten. Dies löste eine Welle der Empörung aus. Übrigens glaube ich, dass die gesamte Frage der Boni, so wichtig sie auch sein mag, nur ein Nebenschauplatz war. Ich glaube, das war einer der Tricks, mit denen die Medien die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vom eigentlichen Thema ablenken wollten. Das eigentliche Thema war die Tatsache, dass die Federal Reserve und der Kongress all dieses Geld aus dem Nichts schufen, um die Banken zu retten. Das war das eigentliche Problem. Das würde Amerika in den Bankrott treiben. Sie würde Menschen aus der Arbeit und aus ihren Häusern vertreiben. Sie würde Amerika zerstören. Aber haben sie darüber gesprochen? Nein. Sie sprachen darüber, wie schlimm es war, dass der Präsident einer Bank einen Bonus von 1 Million Dollar erhielt. Und das war es, worauf die ganze Aufmerksamkeit für eine Weile gerichtet war. Das war also ein Nebenschauplatz, zumindest aus meiner Sicht. Aber das war es dann auch schon. Was soll man dazu sagen? Auch wenn die Menschen darüber verärgert sind, hat es keinen Unterschied gemacht, weil die Menschen ihre Regierung nicht kontrollieren können. Sie glauben, dass sie es können, aber sie können es nicht. Ihre Politiker sind der Bruderschaft der Banken, der Federal Reserve und dem Bankenkartell hörig. Die Macht liegt heute darin. Brauchen sie einen Beweis? Schauen sie sich nur die jüngste Bankenrettung an, die trotz des Widerstands und der Wut der Mehrheit der Amerikaner durchgeführt wurde. Trotzdem hat der Kongress sie durchgesetzt. Der US-Präsident hat sie gebilligt. Die Führungskräfte waren dafür, aber das Volk war dagegen. Wie ist das also möglich, wenn das Volk seine eigene Regierung kontrolliert? Könnte das passieren? Nein. Es ist der Beweis dafür, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten die Kontrolle über ihre eigene Regierung verloren haben. Die Wut über die Rettung der Banken hat die Tea-Party-Bewegung stark beflügelt. Aber die Frage ist, ob die Tea-Party-Bewegung in der Lage sein wird, etwas dagegen zu unternehmen. Und die Antwort ist nein, es sei denn, sie ersetzen die Leute in Washington, die das ermöglicht haben. Eine Tea-Party-Bewegung ist wertlos, es sei denn, sie bewirkt, dass die Leute in Washington, die die Finanzkrise verursacht haben, ersetzt werden. Und damit sind alle gemeint. Damit sind nicht nur Demokraten oder Republikaner gemeint, es sind alle gemeint. Und so befürchte ich, dass die Tea-Party-Bewegung nun versucht, sich zum Sprachrohr der republikanischen Partei zu machen und es so darzustellen, als ob alles, was in der Wirtschaft geschieht und die Bankenrettung das Ergebnis der Demokraten ist. Und es ist nicht so, dass sie keine wichtige Rolle dabei spielen. Aber das geht schon seit Jahrzehnten so. Und die Republikaner haben dabei eine große Rolle gespielt. Und einige der Republikaner, die heute aufstehen und sagen, wir sollten, wissen Sie, wir sollten diese Bankenrettung einfach beenden. Sie sind diejenigen, die zuerst dafür gestimmt haben, aber niemand prüft ihr Abstimmungsverhalten. Ja, der Ärger der Amerikaner über die Rettungspakete ist ein Antrieb für die Tea-Party-Bewegung. Und das ist gut so. Aber jetzt geht es darum, ob die Tea-Party-Bewegung in der Lage sein wird, unabhängig vom politischen Einfluss der republikanischen Partei zu bleiben. Ja. Früher war man ein Nazi, wenn man der Führer gefolgt ist. Heute ist man ein Nazi, wenn man die Regierung grundlegend hinterfragt. Wer die Sachen grundlegend hinterfragt, war früher ein kritisch denkender Mensch. Heute ist er ein Spinner. Wer die Freiheit kompromisslos verteidigt hat, war früher noch ein Held. Heute ist er ein Menschenfind und potenzieller Mörder. Das wollen es dich und mich glauben machen. In Wahrheit hat sich aber nur etwas geändert. Wir werden fehlinformiert von Bundesrat und Massenmedien. Wenn du als mündiger Bürger willst dir dein eigenes Urteil bilden, über das, was auf der Welt passiert, dann sagt die Schreib jetzt bei Stricke.TV.